Ah, ich sehe, wir haben dieses Jahr einen Überschuss an Getreide. Hervorragend! Jawohl, Ihre Majestät. Das sind wirklich gute Nachrichten für Daventry. Wir müssen schnell mit der Errichtung eines neuen Silos beginnen. Jawohl, mein Herr. Wird erledigt. Oh, König Graham. Der magische Spiegel. Sage mir, was bedeutet das? Er bringt uns Kummer her. Ein schlechtes Zeichen. Guten Morgen, Connor. Morgen, Sarah. Und wie ist es dir und deiner Mutter ergangen? Ungefähr wie immer. Du kennst Mutter. Jawohl, das tue ich. Aber sie meint es gut. Warte, Connor. Ein plötzlicher Wind. Woher kam dieser widerliche Sturm? Was ist das? Ich... Ich weiß nicht. Geh zurück. Nein! ARD Text im Auftrag von Funk